hallo zu einer neuen folge sozial berufen heute im podcast ist andreas neute von kontaktart und er hat einen podcast gemeinsam mehr und die art wer diesen podcast führt hat auch einen einfluss auf unseren heutigen podcast ich habe ja gerne drei schritte für und fünf schritte dafür aber diesmal ist der podcast ganz ganz anders und dennoch schaffen wir es am ende andreas eine gezielte frage zu stellen und einen richtig guten tipp einzufangen wie es nämlich gelingen kann mit deiner mission mit dem wie du bist einen einzigartigen weg zu finden in die sichtbarkeit zu gelangen also ich fand es mega spannend ich freue mich dass er dabei war und vielleicht schnappst du dir auch ein paar tolle inspirierende momente viel spaß so andreas jetzt haben wir uns gefunden wir haben unsere technik aufgebaut alles steht das licht ist an die podcast folge startet ich freue mich so dass du da bist hallo andreas andreas neute von kontakt art hallo 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 doreen ich freue mich dass du mich eingeladen hast dass ich hier sein darf das spannende das erzähle ich euch aber gleich erstmal geht es darum ihr seid im sozial berufen podcast es geht natürlich wieder um die soziale berufung und vor allen dingen wie du dich draußen die sichtbarkeit zu kommen und andreas ist da ein mega geiles beispiel weil er ist ja nicht als podcaster oder youtuber geboren sondern er hat sich dahin entwickelt und was genau glaubst du denn also du hast ja den podcast gemeinsam mehr und ich bin darüber gestolpert und habe gedacht wow wie geil den muss ich interviewen bevor wir sagen wie du dahin gekommen bist wieso heißt der podcast gemeinsam mehr ja das ist eine große frage theoretisch mit einer großen antwort ich versuche jetzt aber einen kleinen ausblick daraus zu geben genau gemeinsam mehr dahinter steckt im endeffekt dass das was mich seit jahren auszeichnet so eine ganz besondere gesprächsführung eine ganz besondere achtsamkeit im miteinander im austausch mit anderen menschen wo ganz viele menschen immer sehr verändert rausgehen dass ich das einfangen kann und dass ich das in die welt ausbringen kann um ganz viele verschiedene ideen konzepte haltungen was auch immer vorzulegen aber das ding ist das kann ich gar nicht alleine ich habe davor nämlich überlegt mache ich im podcast ja aber worüber rede ich denn und dann war klar das was ich einfangen möchte das passiert in der interaktion mit anderen menschen zusammen also brauche ich dafür andere menschen das ist das gemeinsam und das mehr steht eigentlich dafür dass fast in jeder folge wenn ich auf meine gäste treffe danach irgendwas entstanden ist was es vorher nicht gab wir gehen mit einer inspiration nach hause wir haben eine verbundenheit die wir vorher nicht hatten ich habe gäste gehabt die kenne ich erst seit zwei tagen auf einmal fühlt man sich total dicker also es passiert passieren ganz viele magische momente und das ist eigentlich das mehr was dadurch entsteht und das kann jeder im prinzip in sein leben einladen dafür muss man kein kommunikationsexperte sein du bist aber einer das ist ja das coole du machst vor allem gfk gewaltfreie kommunikation und du bist auch coach und das ganze bla bla das kann man auch auf deiner seite lesen das was ich an dir so spannend finde ist dass du dir gedanken gemacht hast wie du das transportierst also du redest nicht drüber wie man es macht sondern du hattest den mut eine art des podcastes zu entwickeln der einem doch ein bisschen länger als als so einer von mir wo raum entstehen darf dass diese prozesse erlebbar werden und nicht nur darüber geredet wird wie kommt man denn auf sowas das hat sich auf eine ganz natürliche art und weise ergeben weil ich glaube ich 2019 und 2018 viel in kreisen unterwegs war wo so eine haltung wo sein miteinander eigentlich schon gelebt wurde und irgendwann kamen wir haben kreativ workshop mitgemacht zu viert und da kam dann raus dass das eins meiner großen fähigkeiten ist und dann zu überlegen wie kann ich das denn transportieren und rausfinden da kam dann relativ schnell die idee eines podcast aber ich kann auch da schon mal sagen da war das konzept noch nicht irgendwie in stein gemeißelt da gab es so ein ganz grobes ich mache das mal als eine art podcast mit video format was ist das genau mir fehlten damals eigentlich sogar noch die worte dafür aber die idee quasi die war schon ganz tief im entstehen und bevor ich wirklich wusste was ich tue habe ich angefangen es zu machen und zehn folgen lang war das ein ständiges drum herum kreisen was mache ich ja eigentlich genau ich habe mit so vielen gästen im vorfeld darüber gesprochen und konnte manchmal an gar keine fragen dazu beantworten was sie denn jetzt genau erwarten wird oder dann habe ich versucht das in worte zu fassen und dann ging kam die nachher zu mir nach der folge meinten damit habe ich nicht gerechnet und ich habe wieder gemerkt es braucht noch mehr worte oder noch mehr klarheit für mich aber vielleicht auch für die anderen und das war ein ein ständiges hin her wandeln also es ist quasi ein fließender prozess der auch jetzt immer noch im im werk eigentlich ist das ist ein tolles beispiel es gibt ja so in dieser start-up-szene für leute die etwas bewegen wollen gibt es immer start before you're ready also leg einfach los bevor du dich bereit fühlst weil erst durchs machen entsteht ja und das was du beschreibst dass das beinhaltet ist ja auch irgendwie im sozialberufen podcast frage ich immer gern wieso machst du das was ist da warum dahinter wieso tust du dir all diese als es waren ja auch jahre der entwicklung und man holt sich technik man guckt wie wie funktioniert das überhaupt und dann entwickelst du deine eigene form wieso was willst du damit ja das ist eine mehrschichtige frage mehrschichtigen antwort ich versuche einzelne aspekte ein bisschen rauszugreifen vielleicht erst mal der technik aspekt wenn du es jetzt hier zu siehst und nicht nur zuhörst sieht man schon ich habe so ein komplettes studio mit ganz viel technik der hintergrund ist aber dass ich schon immer ein absoluter technik liebhaber war also das ist nicht damit entstanden dass ich ein podcast machen wollte sondern davor habe ich schon mit youtube experimentiert also ich würde auch sagen so viel braucht es nicht unbedingt um starten zu können das ist eher so ein fable von mir okay genau die andere sache tatsächlich dort ist ja auch so gefragt wie was bewegt mich eigentlich das ganze zu machen und du hast es ja schon auf den punkt gebracht es geht ja viel um verletzlichkeit sich wirklich zeigen und sich nicht so sehr hinter worten zu verstecken ich habe für mich gemerkt zwei gründe eigentlich der erste grund ich bin ein sehr feinfühliger mensch und sehr achtsam ja manchmal sehr achtsam manchmal auch nicht aber ich bin sehr feinfühliger menschen das heißt ich merke sehr schnell eben im austausch mit anderen menschen ist hier gerade eine maske oben wird gerade irgendwas runtergedrückt geht es eigentlich um was anderes und ich habe mich immer gefragt warum trotzdem so viele gespräche auf eine art und weise ablaufen wo am ende ich mit dem gefühl rausgehe es hat sich nichts geklärt und um was es wirklich ging wird eigentlich gar nicht thematisiert und ich habe für mich sehr viele prozesse durchgemacht von ausbildung in gewaltfreie kommunikation ich habe therapie form aus nicht ausprobiert aber ich habe therapien gemacht wo ich sage ich habe da viel über mich gelernt und ich möchte mich anders zeigen und jetzt kommt der knackpunkt oder der wichtige punkt und ich möchte eigentlich in der welt leben wo das viel normaler ist dass man über dinge spricht die die ein tief berühren um die es wirklich geht und gar nicht so angst hat davor gebe ich geradezu viel preis und ich bin aber auch gleichzeitig ausgebildeter pädagoge gymnasiallehrer und habe immer wieder gemerkt in der schule wird erklärt wie es angeblich geht aber das heißt also noch lange nicht dass es auf wirklich verstanden wird aber auch noch b integriert wird und ich habe für mich dann irgendwann die entscheidung getroffen ich möchte nicht leuten erzählen so und so geht es macht das bitte sondern ich lebe das einfach vor und ich immer mehr merke dass es viel ansteckender ist wenn es zum einen so diese freiwilligkeit beinhaltet ich sagte nicht wie du dich zu verhalten hast ich zeig dir meine alternative und du merkst vielleicht selber wow das ist ungewohnt aber das voll cool vielleicht gucke ich mir was davon ab und b ich bin nicht der experte für dich das heißt also du nimmst ja sowieso nur die aspekte raus die gerade zu deinem leben passen und genau so versuche ich das mittlerweile zu machen ich versuche weniger die fünf konkreten tipps wie du dein leben weil ich habe keine ahnung welche tipps meine meine hörer und hörern brauchen ich schaffe lieber eine erfahrung die anstachelt zum zum experimentieren also eigentlich meinen weg auch zu gehen den ich schon gegangen bin und immer noch am gehen und ja dafür muss ich aus meiner komfortzone raus und das ist zwischendurch richtig hart und ich habe tage wo ich alles hinschmeißen will und das gehört dazu wenn ich die nicht hätte dann glaube ich wäre ich gar nicht so mit vollen flamme dabei weil ich glaube dann wäre es mir nicht so wichtig also was ich auch richtig mutig finde ist genau dem trend schneller höher weiter alles in vier minuten in fünf schritten erklärt dem entgegen zu steuern und da so den raum zu schaffen auszuhalten dass mal drei vier minuten vielleicht auch erst mal geatmet und gefühlt wird das sind ja dinge das können wir ja als viele können das in echt schon nicht und auf social media kann es schon mal gar keiner mehr weil es schneller weiter 15 sekunden hier 20 sekunden da wow also wie mutig dass du da deinem gefühl nach gehst und es macht kommt das denn bei den leuten rüber also hast du das gefühl das bewegt jemanden ich glaube nicht nur das gefühl sondern ich habe so viele feedbacks schon bekommen ich werde nicht müde diese eine story zu erzählen aber ich erzähle sie mal anders damit es nicht abgespult wird ein ich kenne sie nicht du nicht du nicht aber ich weiß wenn ich zu auf eine story erzähle dann klingt dann ist sie immer im gleichen muster ein ganz alter freund von mir den ich aus der studienzeit kenne ich hatte lange nicht mehr kontakt mit ihm und ich hatte auch gedacht wir haben uns auseinander gelebt der hat sich letztes jahr im sommer gemeldet um mir zu sagen er hat mein podcast und der macht gerade ganz viel mit seinem leben und dann hatten wir auf einmal telefonate und gespräche ich habe ich habe ihn ich habe mich ich habe nichts mehr wiedererkannt wir waren auf einmal auf einer art und weise unterwegs die ich so liebe wo es mir ganz schwierig gefallen war das mir vorzustellen dass ich das mit ihm könnte und ich habe nichts gemacht er ist halt er hat hat gemerkt ich mache den podcast er hat reingehört und freut sich auf jede folge kann oft gar nicht so genau sagen was da passiert was das mit ihm macht aber es macht irgendwie ganz viel mit ihm das ist ein beispiel und da habe ich einfach viele andere die auch immer wieder sagen ich die die fühlen sich berührt die fühlen sich motiviert davon die sagen ich traue mich jetzt mehr oder ich verstehe endlich vielleicht auch vorans gerade hapert in meinem leben oder da da drückt gerade der schuh aber ich bin nicht der einzige also ich merke immer mehr dass dieser podcast so ganz viele verschiedene bereiche abdecken kann also jetzt schauen ja hoffentlich und hören auch ganz viele zu und ich sag's jetzt schon mal in den show notes also in den texten die unter dem podcast und dem video stehen da werde ich auch die ich sag mal so die vor für episode von dir einfach mal verlinken wo du kleine schnipsel zeigst weil kennenlernen glaube ich ist das die perfekte episode um mal zu schauen worüber wir hier gerade beide reden gerne danke so und dann wollte ich dich fragen wie gelingt es denn für jemanden der es ja noch nicht gewohnt ist vor der kamera zu sprechen als pädagoge vielleicht vor der klasse aber nicht direkt vor der kamera wie bist du da reingewachsen gibt es da ein trick wie vielleicht menschen die auch einen herzenswunsch in sich spüren mit dem thema rausgehen wollen und dazu gehört nun mal auch gesicht zeigen hast du die idee gibt es dann trick ja immer diese diese klassische frage nach dem trick der der alles lösen könnte ja ich würde es gerne andersrum aufdrehen und zwar um den trick der zu einem pass zu finden hilft es über ein aspekte vorher nachzudenken oder immer wieder abzuchecken während du es ausprobiert das erste dass du mal schaust wie stehst du eigentlich zu dem thema rum experimentieren rum blödeln rum spielen ohne dass dabei was herauskommen muss und man sachen produzieren darf wo man sich nachher kaputt lacht drüber weil das irgendwie süß ist weil es so unbeholfen ist weil es so im eigenen in der eigenen perspektive noch so unfertig sieht also so einen spielerischen aspekt genau heraus ok und hast du angst davor etwas auszuprobieren wo du vielleicht schon weiß dass die ersten male holprig sind oder hast du lust darauf das auszuprobieren weil die ersten male holprig sind und ich würde mal sagen dieses spielerischen anfang ich kann nur mal sagen mein erstes mein erstes richtiges video auf youtube wenn ich mir das heutzutage anguckt dass jetzt fast drei jahre alt ich glaube ich starte mit dem satz ich habe noch keine ahnung worüber ich jetzt sprechen werde und deswegen fange ich an mein kamera bild sah nicht gut aus mein ton war fürchte als nicht fürchterlich aber war überhaupt also aus meiner heutigen sicht denke ich wow dadurch ganz schön viel mut aber der punkt war gewesen ich hatte so lust darauf das auszuprobieren und ich wusste dieses erste video selbst wenn das nicht so wirklich wird das ist mir nicht so wichtig das finde ich nicht so entscheidend mir ist es viel entscheidender dass ich diesen ersten schritt mal getraut habe und vielleicht noch dazu zwischen sachen produzieren und sie veröffentlichen ist ja auch noch ein riesen puffer also ich muss mich regelmäßig daran erinnern dass ich dinge produzieren darf wenn ich sie nachher nicht veröffentliche weil ich finde das nimmt so ein bisschen diese dramatik oder diese diese schwere das muss jetzt gut werden weil wie sieht das nachher aus wenn es online geht ja dann geht es halt nicht online ist auch eine gute idee ja ja genau und ich kann nur sagen und das darf zwischendurch auch sehr schwierig sein also ich habe auch ich habe heutzutage habe diese woche letzte woche auch wieder hemmungen was zu tun weil ich manchmal ich habe so manchmal so ein bild im kopf wie ist wie es gerne hätte und dann so diesen irren glauben das muss doch jetzt gehen und ich finde es ist immer hilfreich dem überhaupt auf die spur zu kommen und zu merken ich habe da so ein ganz krasses bild wie es angeblich zu sein hat ich habe diese vorstellung da bin ich wohl noch nicht und ich habe noch diesen glauben das müsste doch jetzt eigentlich gehen und ich finde dem ist schon mal viel abhilfe gemacht weil dann weiß ich ich kann mich vor die kamera setzen mein herz raus und ich weiß ach ja das ist diese das ist diese eine sache mit ich habe so einen hohen anspruch von mir und dann kann ich dir ein bisschen zur seite legen und loslegen und das ist vielleicht ein tipp habe ich tatsächlich der erste schritt wirkt und ich glaube das kennst du auch der erste schritt wirkt immer so unglaublich schwer unmöglich und wenn man aber den ersten schritt gemacht hat dann wirkt der zweite schritt schon nicht mehr so schwierig und jetzt ganz konkret wenn du vor der kamera sitzt und die aufnahmetaste drückst und das erste video komplett in die tonne haust das beim zweiten mal wird sich was geändert haben und beim dritten mal wird sich was geändert haben und dann merkst du auf einmal dass du mehr ressourcen hast um vielleicht auch was achten zu können oder zu merken dass die bestimmte dinge leichter fallen und ich finde das betont einfach noch mal diesen spielerischen zugang den man dazu und ganz wirklich auf seine eigene art und weise also jeder hat sondern eigenen spielerischen charakter und ich finde das ist super cool dass dabei auch noch mal herauszufinden wie geht denn das für mich persönlich spielerisch an dinge heranzugehen wie habe ich das vielleicht früher gemacht als ich klein war kann ich mich so ein bisschen kann ich das so ein bisschen wieder zurückholen in mein hier und jetzt nein das klingt für mich nach einem mega tipp weil es hat auch was mit einer eigenen reflektionsfähigkeit für neue dinge zu tun also das hast du super schön erklärt und wenn man dir so zuhört also wenn ich dir jetzt gerade so zugehört habe kriege ich eine idee davon wie es sich anfühlt in deinem podcast zu sein weil du beschreibst es so nah dass es praktisch fühlen kann und schaue was macht es mit mir ist es bei mir genauso und ich habe gerade so gedacht an die ganzen ausbildungen wie ich auch so durchlaufen habe da gab es oft die position c kennst du das die a position man spielt den klienten die b position man ist der therapeut und die c position ist die die sehr nah am geschehen ist und durch beobachten eigentlich am allermeisten lernt und so ein bisschen habe ich den eindruck dass dieses konzept unbewusst oder bewusst bei dir als zuschauender passiert wenn man diese diese podcast folgen verfolgt oder wenn man dir mal genauer zuhört das schon spannend okay also werden wir versuchen noch mal ein bisschen ein bisschen aufregender zu werden üblicherweise ist ja bei mir alles ein bisschen quietschig und schnell heute nicht hat natürlich den grund dass wir so ein sehr sehr beruhigenden gast hier bei uns haben ich glaube ich möchte ganz zum schluss gern trotzdem noch eine eine sache frage stellen gibt es denn in der gfk dafür brennst du ja auch und du machst ja gerade eine ganze reihe das gfk abc glaube ich heißt es muss wirklich glaube ich sehr spannend ist dem mal zu folgen wenn man sich für dieses thema interessiert gibt es denn eine sache wieso es gfk ist und nichts anderes also es gibt ja so viele kommunikationstechniken warum ist es genau gfk geworden diese frage ist sehr schwer zu beantworten du machst damit ein großes fass auf ich versuche es ganz klein zu halten hast du erst mal ich würde sagen es ist keine kommunikationsform wenn man das einmal gibt wenn man das einmal gecheckt hat es gibt so ein tolles zitat dass ich seit monaten von mir gebe gfk ist ein selbstbewusstwerdungsprozess der sich als kommunikationsmodell tat sie ist es geht da eigentlich nicht darum eine methode anzuwenden sich an den schritt zu halten es geht wirklich viel mehr darum was passiert in mir drin dass eine reflektions und spürfähigkeit für sich selber zu entwickeln und die mechanismen zu verstehen die am werkeln sind und gfk macht das so ganz grundlegend es geht über bedürfnisse über gefühle und dann die konkretisierung wie mache ich das denn im außen nach außen mit anderen menschen und natürlich gibt es da methoden und technik die man anwenden kann aber ich sage halt gerne wenn du in der erhaltung sein kannst und die haltung verstanden hast dann ist es vollkommen egal was du für worte sagst dein gegenüber wird spüren was du wirklich meinst und du kannst die schönsten formulierungen verwenden und die schönsten methoden anwenden wenn die haltung gar nicht dahinter ist merkt dein gegenüber das auch sofort und diese haltung zu entwickeln indem du dich selber nicht nur beobachtet sondern der selber begegnet und da gehört ganz viel dazu so selbst empathie selbstfreundlichkeit klarheit und 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 das sind prozesse die brauchen sehr lange und ich würde sagen gfk ist deswegen auch so wichtig weil es so ungewohnt ist weil uns das ich sag mal so ein bisschen sitze uns ein bisschen aberzogen diese grundhaltung ich finde wir kommen im endeffekt eigentlich schon in dieser haltung auf die welt und da passieren ganz viele dinge und dann verlieren wir die eigentlich und ich sage mal gfk ist eigentlich auch wie so eine zurückerinnerung an das was wir eigentlich mal mal wussten und deswegen liebe ich gfk so aber sage auch immer dazu heutzutage gfk hat sich soweit weiterentwickelt das ist in der ursprünglichen idee von marshall rosenberg aus den 70er 80er jahren hat es eigentlich super weiterentwickelt es sind ganz viele andere einflüsse dazu gekommen ich würde auch sagen dass ich heutzutage nicht mehr rein gfk mache sondern da kommen dann ganz viele andere aspekte mit dazu und das finde ich auch wichtig weil es noch mal betont es gibt halt nicht diese eine lösungsformel um das leben zu verstehen mit dem leben umzugehen ich glaube das hast du diesen podcast uns allen sehr gut klar gemacht dass es auf die grundhaltung ankommt das hast du so toll transportiert dass ich glaube teil in deinem podcast gewesen zu sein und du gar nicht teil in meinem also ich bin begeistert was du für eine ausstrahlung hast so ihr lieben alle die hier zu gehört und zugesehen haben wenn du mal sehen willst wie andreas aussieht dann musst du dir leider das youtube video angucken oder direkt auf den link klicken und sie ist dann sein video und für alle die ihn gehört haben vielleicht seid ihr schon infiziert und hört euch bald mal die erste gemeinsam mehr podcast folge an wir verlinken hier natürlich alles unter video und ich wage jetzt noch die frage hast du eine schlussbotschaft an die sozial berufen community ja und davor würde ich gerne eine kleine sache noch mit ergänzen das weißt du noch nicht aber das kleine überraschung jetzt okay also alles gut es hat sich nämlich ergeben dass ich jetzt auch tatsächlich eine neue form gefunden habe wie ich mit dem ganzen weiter unterwegs sein möchte möchte jetzt schon mal ankündigen das ist für mich auch selber eine noch mal höhere verbindlichkeit weil ich weiß wenn diese folge ausgestrahlt wird es wird eine patron seite geben wo man mich freiwillig unterstützen kann für die arbeit die ich tue und das tolle daran ist dass es auch mit verschiedenen levels die man da machen kann auch benefits gibt mit exklusiven content früherzeitigem zugang und das wird alles darauf gezeigt aber das schöne ist daran es ist komplett freiwillig und jeder kann halt selber entscheiden hey ich finde das cool was andreas macht ich unterstütze ihn da und darüber habe ich auch ein bisschen was man kriegt mehr von dir das ist ja der coole nebeneffekt man kriegt ja richtig viel von dir zu sehen und geliefert und zu fühlen wahrscheinlich auch ja und da wird es noch mal mehr in die tiefe gehen mit aufnahmen die man sonst nirgendwo sehen kann und auch irgendwann in zukunft was mit mitspracherecht oder vorschläge einbringen und so weiter also endlose möglichkeiten und das verknüpfe ich jetzt mit einem tipp oder mit meinem rat community genau genau was ich in der heutigen informationswelt am schwierigsten finde ist den eigenen weg zu finden wenn es zigtausendfach vorgelebt wird auf verschiedene art und weisen und lieber zuhörer liebe zuhörer ich kann dir garantieren dein weg wird anders sein als alle wege der anderen und das klingt jetzt so gut und gleichzeitig wie soll das denn gehen und ich finde wieder da es geht halt viel über ausprobieren und habe ruhig den mut dass du ein weg anfängst und dann merkst der ist nichts für mich und dann biege ich woanders wieder ab und das finde ich einfach so eine wichtige fähigkeit heutzutage ganz viele dinge auszuprobieren und auch loslassen zu können zum beispiel als beispiel youtube wird für mich auf dauer nicht die plattform sein wo ich meinen content in der form wie ich ihn eigentlich machen möchte präsentieren möchte vor allem mit meinen gfk videos weil die sind halt einfach zu lang die aufmerksamkeitsspanne muss relativ hoch sein um den folgen zu können also werde ich als youtube anders bedienen und da auch immer wieder zu merken such dir plattformen die zu dir passen probiere sie mal aus und habe gar keine zweifel oder muffensausen eine plattform in den wind zu schießen das darfst du die erlaubnis bekommst du von mir ja leute ich versuche euch ja immer zu inspirieren loszulegen mit irgendwas und jetzt habt ihr sogar noch die erlaubnis vom andreas wenn ihr losgelegt habt und es war nicht so richtig gut dann könnt ihr es auch wieder lassen und woanders weitermachen wow danke ich danke dir so dass du zeit hattest dass wir also ich sage es jetzt einfach mal wir kennen uns jetzt sechs tage und es ist jetzt schon so intensiv und geil ich freue mich so dass wir uns getroffen haben und ich hoffe wir stalken uns noch weiter in social media und ihr lieben danke fürs zuhören alles was ihr wissen müsst ist hier unten drunter verlinkt und dann sage ich mal tschüss andreas tschüss doreen und tschüss liebe community